Ein neuer Tag in Schweden beginnt und wir entschlossen uns, den Campingplatz in Gettnö am Lake Orson Resort zu besuchen. Natürlich mit einem eigenen Angelshop, wie wir es uns wünschen. Den perfekten Campingplatz für Angler konnten wir schnell und einfach über PinCam ausfindig machen und online buchen. Im Anschluss hieß es erst einmal, die traumhafte Umgebung zu erkunden und sich mit den schier unendlichen Angelmöglichkeiten vertraut machen. Wir erlebten eine frequenzreiche Fischerei und konnten einige kleine Hechte und schöne Barsch überlisten. Bei strahlendem Sonnenschein entschieden wir uns, ein paar Köderfische auf dem Campingplatzgelände zu fangen, um im Anschluss eine strukturreiche Landzunge direkt am Gettnögard zu befischen. Abgesehen haben wir es auf dicke Barsche, allerdings machte uns dieser tolle Zander einen Strich durch die Rechen, der aufgrund der aktuellen Schonzeit umgehend released wurde. Ein guter Tag muss mit einem Catch & Cook am Lagerfeuer enden, also wurden die Barsche schnell mit ein paar Kartoffeln verspeist. Ein toller Tag endet und die Reise geht weiter. Folge, um ein Teil der Reise zu werden.